Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Ich hatte es ja im letzten Update-Video schon erwähnt. In Update 3 wird es richtig abgehen, da kommen nämlich richtig viele coole neue Sachen rein. Unter anderem auch Änderungen zu bestimmten Helm-Aktivitäten, da komme ich gleich zu. Aber auch neue Bosse und vor allen Dingen auch neue Waffen und auch die Story geht endlich weiter. Da werden wir gleich einmal reinschauen. Erstmal ein paar Kleinigkeiten, die mit dazugekommen sind. Erstmal kam ein neuer Boss mit dazu, das ist der, ja ich würde sagen der Chef von Litian. Wie das ganze Story-Mate zusammenhängt, das müsst ihr selber herausklamüsern. Aber ihr seht ihn hier schon auf dem Kopfgeldbrett. Ein neuer Boss ist mit am Start und heißt der Zorn der Schlange. Den findet ihr auch ganz normal natürlich auf dem Wasser. Hier unten ist er. Der Zorn der Schlange gibt auch ein neues Item bzw. eine Truhe. Und ich gehe immer stark davon aus, dass in der Truhe das Möbelstück sein wird, was hier auch im Saisonkalender angezeigt wird. Und dann kamen Änderungen zu dem ganzen Manufakturen-Business dazu. Also erstmal, vielleicht soll ich das mal erwähnen, wir hatten unfassbare Probleme mit dem Update. Also wir haben eine Wartung gehabt von über 10 Stunden. Dann die ganze Nacht über konnten wir mit den Manufakturen gar nicht interagieren. Wir wissen nicht genau woran es lag, aber es gab ein extremes Problem bei Ubisoft. Das wurde jetzt aber gelöst einen Tag später, wo die Aufnahme hier stattfindet. Und mit diesem Update kam jetzt, dass man eine Manufaktur, wenn ihr sie verwaltet, nochmal um 10 Minuten verlängern könnt. Das heißt, wenn ich jetzt hier X drücke, dann läuft die 10 Minuten länger. Warum? Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. So wie ich das gelesen hatte, hatte ich gedacht, dass ich jetzt quasi 2 Wochen, dass ich bezahlen könnte für 2 Wochen und die läuft einfach 2 Wochen durch. Aber so scheint es nicht zu sein. Man kann nur 10 Minuten aufstocken. Entweder ist es noch nicht richtig implementiert, ansonsten checke ich es nicht so ganz. Vielleicht ist es interessant für Manufakturen auf Level 1, für das ganz krasse Early Game. Aber für eine 2-Tage-Level-10er-Manufaktur, wieso soll ich das um 10 Minuten aufstocken? Also ich werde den Teufel tun und in alle 60, 70 Manufakturen reingehen und überall jetzt nochmal aufstocken. Hier kann ich 20 Minuten aufstocken. Hier dann auch 20 Minuten. Hier auch. Also ich verstehe es hier so ganz. Schreibt es gerne unter die Kommentare, falls ich hier irgendwas falsch verstehe. Aber so richtig checke ich das Ganze nicht. Nochmal kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Ich habe gerade auf dem Disco von den Profis gehört, wie das mit den Manufakturen läuft. Und zwar ist es so, dass man immer die Manufaktur wieder neu finanzieren kann von der Zeit, die schon verstrichen ist. Das heißt, wenn ihr eine Level-C-Manufaktur für 2 Tage finanziert und nach einem Tag wieder neu finanziert, dann wird dieser eine Tag wieder drauf gerechnet. Was dafür sorgt, dass ihr quasi theoretisch alle 6 Stunden einfach reingehen könnt, immer wieder neu finanzieren könnt und somit diese Manufaktur niemals ausläuft. So gesehen ist das Feature eigentlich ganz cool. Es ist nicht so, dass ihr 2 Wochen insgesamt am Stück finanzieren könnt, sondern ihr könnt schon vorher wieder auf den Finanzieren-Button drücken, bevor die Manufaktur komplett ausgelaufen ist. Und dann gehen ja zum Glück auch endlich die Missionen weiter. Im Sog des Drachen bei Rama und auch bei William Blackwood. Ich kann schon mal ein bisschen vorweggreifen, ihr werdet auch ein paar Missionen aus dem Kaper-Brief endlich machen können. Ein Hauch von Schicksal zum Beispiel. Da komme ich vielleicht im Video noch zu, aber ich werde es genauso machen wie im letzten auch. Ich werde jetzt hier den ganzen Story-Kram ein bisschen skippen. Das könnt ihr ja alles selber spielen. Und wir gucken uns dann am Ende die interessanten neuen Items an. Hier ist es ein Hauch von Schicksal, könnt ihr jetzt bei Rama annehmen. Und wieso ist das geil? Das gibt eine neue Doppelwind-Ballista und da habe ich übel Bock drauf. Wir können hier schon in den Bauplan reinschauen. Fluch der 10 Sonnen, da habe ich unfassbar Bock drauf. Ihr seht schon Azurfarbener Drachenkopf. Banner des Gelben Drachenkopf, kompensierteres Orca-Apparat, das ist alles easy. Aber ich glaube Banner des Gelben Drachen und Azurfarbener Drachenkopf, das sind Drops von Gegnern. Das heißt, da muss man dann auch noch ein bisschen farmen. Wobei es auch sein kann, dass man die kaufen kann für Jade-Kristalle bei William Blackwood. Das gucken wir uns jetzt nochmal eben an. Schaler-Roter Beutezug geht hier bei William weiter. Den nehmen wir natürlich an. Und dann einmal reinschauen in den Shop, ob er vielleicht die Teile hat. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass ihr Jade-Kristalle am Start habt. Hier. Wir haben auf jeden Fall Banner des Gelben Drachen mit am Start. Da würde ich auf jeden Fall direkt mal zwei kaufen. Nicht vergessen, das gleiche könnt ihr auch nochmal beim anderen William Blackwood, bei seinem Zwillingsbruder, in sowohl der T-Log als auch in St. An einmal kaufen. Und hier haben wir auch den Drachenkopf. Den werde ich auch direkt mal kaufen. Ich habe ja gerade Kommandant Zang gekillt und der gibt auf jeden Fall diese Banner schon mal. Der war auch nur Level 8 und auch den Drachenkopf. Also am besten den Zang killen und wenn ihr keine Jade habt, damit ihr die Items bekommt für die neue Ballista. Der war Level 8, war relativ easy. Den findet ihr hier einmal auf Stufe 8. Ihr könnt aber natürlich auch den hier machen auf Stufe 13. Ich wollte ja eigentlich nichts zur Mission sagen, aber die Mission von Rama, ein Hauch von Schicksal, Leute, kann natürlich ein bisschen verwirrend sein. Es gibt hier einen Missionspunkt, wo ihr schwarz im Rauch folgen sollt. Und ich gebe ganz stark davon aus, dass das diese Fackeln hier sind. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall einfach mal den Fluss runterfahren und dann schauen, dass hier irgendwo diese Fackeln sind. Ja, da ist die nächste Fackel. Ich gehe immer stark davon aus, dass das damit gemeint ist. Ich hatte schon im Discord gesehen, dass der eine oder andere nicht genau wusste, was damit gemeint war. Aber ich gehe immer stark davon aus, dass die das hier meinen. Das macht auch Sinn, weil hier überall halt diese Fackeln sind. Also ich wüsste jetzt nicht, was die sonst mit schwarzem Rauch meinen könnten. Ich glaube, man hätte sich natürlich auch ein bisschen denken können, dass es wieder hier Ruin von Lucun ist, weil das in der Mission von William Blackwood dieselbe ist. Also ihr fahrt von hier aus. Ich glaube, ihr könnt euch auch einfach porten zu Ruin von Lucun und könnt dann hier den Fluss entlanglaufen bis zum Wasserfall. Und dann bin ich ja mal gespannt, was dann passiert. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Also, ja, das finde ich cool. Gucken wir mal, was passiert beim Betreten. Ich weiß nicht, ob man hier schon immer rein konnte. Wenn man hier schon immer rein konnte, dann habe ich jetzt nach einem Jahr ungefähr was Neues gelernt. Das finde ich sehr cool. Ist natürlich jetzt nur für die Story relevant. Und ich glaube, dass man danach nie wieder hier rein muss. Aber ich habe ja schon lange gepredigt, da ich es eigentlich schade finde, dass man auf den Inseln immer so wenig machen kann. Und da finde ich so, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, schon ganz cool, dass diese total schönen Inseln nicht komplett für nichts sind. Und ich gehe mal vor, genau, jetzt gibt es hier eine schöne Katze, das gab es bei einem Hubak. Twins ja auch schon. Sehr, sehr cool, finde ich. Abgeschlossen und damit habe ich den Bauplan. Da bin ich sehr, sehr doll gespannt. Fluch der Zehen, Sonnenbeschafft. Mission abgeschlossen, klar. Und hier geht es sogar noch weiter. Der Virtuose Phönix. Hallöchen Schmied, ich habe Arbeit für dich. So, Doppelwende hier. Fluch der Zehen, Sonnen. Ich habe sogar alles am Start. Wird direkt gebaut und ausprobiert. Abfahrt herstellen. Let's go. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir hatten ja bislang immer nur eine Doppelwendenballiste, die Doppelwendenballiste hieß. Ich weiß gar nicht, Balliste heißt die eigentlich. Und eigentlich hat man immer nur diese Doppelwendenballiste genutzt. Und jetzt hat man endlich, oder jetzt habe ich endlich mal, eine Alternative zu der Doppelwendenballiste. Das macht natürlich, ob das am Bug jetzt nicht unfassbar viel Sinn. Aber einfach, dass wir sie uns mal anschauen können und vergleichen können mit der Doppelwendenballiste. Also wir haben hier einen Schaden von 985, eine Sekunde und 900 Reichweite. Bei der Doppelwenden haben wir 860, das ist ein bisschen weniger. Dafür aber ein bisschen mehr Reichweite. Bei der Doppelwenden war es ja so, umso mehr ihr euch aufladet, umso mehr Schaden macht ihr dazu noch durchschlagend. Und bei der Flucht der 10 Sonnen gibt es gnadenloser Bohrer, fährt ein Sporbolzen in gerader Linie ab, der mehrere Ziele durchschlägt. Bohrbolzen fügen nach dem ersten Treffer zusätzlich 5% Schaden zu. Heißt, ihr habt damit auch nochmal die Möglichkeit, mehrere Gegner auf einmal zu treffen. Langer Zug, diese Waffe kann aufgeladen werden, um Schaden um bis zu 420% und Reichweite um 900 Meter zu erhöhen. Das ist so ein bisschen abgespeckt von dem, was ihr auf der Doppelwendenballiste habt, weil hier ist es ja 600% und 1350. Aber auch hier könnt ihr, wenn ihr sie voll aufladet, nochmal mehr Schaden machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Schaden, der 985er Schaden, mit der maximalen Zugkraft, mit der 460, auf den gleichen Schaden kommt, wie die Doppelwendenballiste, mit dem 600%. Das kann ja einer von euch vielleicht mal ausrechnen. Gehe ich auch voll stark von aus, dass der Schaden da derselbe ist. Dazu nochmal Durchschlag, allerdings Durchschlagen 3. Das ist Fluch der 10 Sonnen. Finde ich sehr cool, dass wir da eine neue Balliste haben. Der Virtuose Phönix abgeschlossen. Und ich würde ganz stark davon ausgehen, jetzt geht es nicht mehr weiter, oder? Das war die Mission. Sehr gut, damit sind die Missionen wieder durch. Ich denke, jetzt wird es erst wieder in ein paar Tagen weitergehen. Ja, nächste Episode verfügbar am 1. Oktober. Da werde ich safe nicht spielen, weil am 1. Oktober Thrones & Liberty rauskommt. Aber Funken der Ambitionen geht da am 1. Oktober weiter. Da gibt es dann auch nochmal schön Waffen von Lytian, Kriegsschiff und von der Schattenbestie. Aber das, was für mich vor allen Dingen sehr interessant wird, ist eigentlich dann der 22. Wenn das Halloween-Event beginnt und wir dort die Vampirwaffe bekommen können, wo wir 10% uns heilen von dem Schaden, den wir machen werden. Also, ja, bin ich sehr gespannt. Ich bin immer noch kein Fan davon, dass diese Splittung vorhanden ist. Erstens ist es natürlich auch schade für alle, die die Story vielleicht genießen wollen, dass das so zerstückelt ist. Stellt euch vor, ihr guckt einen Film und alle 10 Minuten müsst ihr eine Woche warten, bis ihr den Film weitergucken könnt. Wisst ihr, weil ich meine, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass man da ein bisschen immer das, was passiert ist, ein bisschen in Vergessenheit gerät und dann erst zwei Wochen später geht es weiter. Da natürlich auch die Zerstückelung der einzelnen Items, die man hat. Wir wissen natürlich alle, wieso das gemacht wird, damit man nochmal online kommt, so wie ich es jetzt auch mache, um nochmal ins Spiel zu schauen. Aber ich fände es auch ganz cool, wenn man ja alles am Stück quasi spielen könnte. Ja, aber das war alles zu Update 3. Doppelwindballista, neuer Boss mit reingekommen, ein bisschen Story weitergespielt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich bin heute bei Scandabon natürlich live am Start und werde ein wenig den Zangen-Kollegen hier in die Zange nehmen mit dem Chat. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Follower freuen. Ganz viele von euch gucken meine Videos und sind noch kein Follower, deswegen drückt meine Follower-Button. Das ist komplett kostenlos, würde mich sehr freuen. Und natürlich auch immer einen Daumen da lassen. Das ist auch immer ganz wichtig für den Algorithmus. Wenn ihr mich supporten wollt, dann ist das immer sehr, sehr cooler Support. Ansonsten würde ich sagen, ja, viel Spaß bei Scandabon's Update 3 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! 3 6 7 7 8 10 10 13 Vielen Dank.